hallo leute ja wir haben dieses schöne unterteil fertig gemacht das können wir hier noch auspacken und weitere dinge können wir bestimmt auch noch machen wir haben ich habe hier auf dem anhänger wie ihr seht schon den schwefel voll geladen da müssen wir noch ein bisschen was drauf machen der letzte ist glaube jetzt auch voll ja alles dritte und dann können wir gucken das war vielleicht noch das ein oder andere mitnehmen und dann zurückfliegen nach dem logo geht es weiter so dann schauen wir mal hier hat man ja noch eine plattform wobei war die denn gut weiß ich gar nicht mehr können wir auf jeden fall erstmal auspacken wir haben diese plattform gebaut kann man da schon mal was anschließen die plattform kann man schon mal nicht mehr anschließen das ist schon mal wieder top vielleicht wahrscheinlich für den drucker hier gebaut kann das sein oder auch nicht wenn wir das da dran ja dann hat auch strom aber so wirklich war das nicht das was ich darauf bauen wollte oder da ist jetzt wieder einer dran ich hab den doch gerade eben runter gemacht oder vertue ich mich ok jetzt ist er voll ja weiß ich jetzt auch nicht halb so wild was haben wir hier noch liegen die rakete hier haben wir irgendwie strom der nach unten geht aber gar gar nicht läuft also der große drucker der was machen wir kohlenstoff haben wir hier tatsächlich noch ok wollen wir kohlenstoff nicht hier dran machen damit er schneller forscht so er produziert dauerhaft den habe ich wohl so eingestellt dass er immer produziert ok aber so viel wollte ich dann doch nicht mitnehmen glaube da müssen wir noch mal gucken dass wir was anderes noch mitnehmen oder wäre auch nur interessant jetzt gerade zu überlegen was wir mitnehmen wollen hier ist jetzt aber auch nichts wo ich sagen würde das müssen wir mitnehmen titan weiß nicht ob wir titan haben wenn nehmen wir es mit könnte sein dass wir titan nur hier gefunden haben oder hier haben wir ein paar kupfer das kriegen wir woanders auch das passt alles seltsamer gegenstand ich brauche jetzt nicht schutt kupfer schrott kupfer haben wir hier noch irgendwas was wir noch gebrauchen können alles nicht so wichtig das haben wir auch woanders macht da noch was vorne sauerstoffmacher haben wir hier am laufen ist der denn so richtig dass der hier läuft naja wird schon passend sein oder haben wir noch irgendwo was was wir mitnehmen wollen kupfer strom verlängerung schupp für stoff ich glaube das war es erst oder einen platz hätten wir jetzt noch frei nehmen wir den mit so so stellen wir gerade da hin sauerstoffmacher raus den rein wir rein zu einem planeten schießen zack schauen wir mal schau mal äh silber einmal nach silber bitte und da zu unserer basis die landeplatz heimatbasis dort ist gut so damit ist auch die dingens wieder leer die schub düse kann da hin und wo ist jetzt unser ladender plattform äh unser unser lager ist hier so und dann braucht man das hier oder wo man das drucke einen atmosphären kondensator produzieren voll voll gas ressource haben wir unterkommt ja haben wir schon überall gemacht bis auf kalidor nutze ein handelsplattform um ein ressourcen zu haben zu hydrazine kombiniert erschaffer nano carbon legierung speron hat schimmata im katalog die war eine portalkammer immer noch nicht gemacht echo des vergangenheits in speron drucke einen sondenscanner sonnenscanner sonnenscanner ermittler beginne bei ok den datenschreiber haben wir auch noch nicht das haben wir schon alles erledigt oder abholbereit wie oft soll man das noch abholen weiß ich nicht das kann man ständig und ewig drücken ne so aber was war das wir brauchten den schwefelglauber für das labor ne oder hier gucken wir mal oder nicht hier irgendwo anzumachen damit das hier ok das wohl nicht f kohlenstoff gemischt das war es nicht aluminium kupfer wolfram kohlenstoff grafit hydroazin grafen grafen also hier in der mitte muss da stehen kohlenstoff und kohlenstoff bringt sprengpulver wo ist er jetzt hingefallen da ne ja so und dann noch zweimal kohlenstoff drauf dann haben wir sprengpulver gemacht wo ist der kohlenstoff denn der ist jetzt nicht hier gut das heißt da vorne muss ich irgendwo gemüse geben dann bauen wir das gerade ab das hat ja gut geklappt gut 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 ne wir haben noch nicht genug ne toll jetzt haben wir wahrscheinlich genug wo ist er da ist er ne der muss ja erst hier rein und ne der nicht der der auch nicht sondern der wo ist hier der zweite sag jetzt nicht ich habe nicht genug mit das reichte nicht ganz ne super mach mal los das war ein satz mit x das war wohl nix ne so da haben wir es und wieder zurück und wieder zurück da müssen wir hin ne da müssen wir hin so wo ist der kohlenstoff da ist er das gemisch jetzt noch einmal kohlenstoff ist hier nicht drauf ne dann ist zink und sowas an aluminium müssen wir gerade warten bis er fertig ist da ist er und der muss da hin f untersuchen und dann machen wir den sprengstoff ne und solange der jetzt was macht kann ich nix machen ne hat der genug power hier wills hoffen ne wir werden sehen wofür braucht man das noch weiß ich nicht ne auch gut oder ne da ist es ja auch ganz falsch hier holt man hin Windturbine auf dem logistiktipo glasio das brauchen wir schon mal nicht sammle lithium das haben wir auch noch nicht geschafft druck und fülle ein mittlere ressourcenkanister das platzieren ist auch klar produziere schrott mit seinen handelsplattformen um ressourcen zu erhalten zur hydrazin ich schaffe unten nanocarbonlegion ach ein sonnenscanner das ist es auch alles nicht ich glaube dann sind wir schon durch ne oder die sind ja alle fertig so das heißt das haben wir alles es muss irgendwo für noch gut gewesen sein dass wir das machen aber wofür wo ist es da sprengpulver kannst du jetzt da erstmal dran machen ich habe gedacht ich müsste den auftrag dynamit machen aber keine ahnung kohlenstoff haben wir jetzt nicht jetzt lass uns mal gerade schauen kohlenstoff warte mal das gab stahl titanlegierung nanocarbon da brauchen wir helium stahl und titanlegierung ok gummi kohlenstoff und gemisch ergibt kunststoff haben wir das schon gemacht wolfram und kohlenstoff wolfram und kohlenstoff grafit hydrazine grafen grafen und grafen gibt diamant wasserstoff harz, methan, quarz gibt silikon hm da sind wir eigentlich schon durch hier brauchen wir stahl stahl war wiederum hier auch zu machen wo ist es eisen, argon und kohlenstoff haben wir auch alles nicht funktioniert also nicht ist zu aufwendig oder wie war das was liegt hier eigentlich alles für zeug rum kohlenstoff alles klar eisen ja wenn wir kohlenstoff bräuchten da liegt noch genug ne gut das sprengpulver haben wir jetzt gemacht aber das macht mir jetzt gerade keinen sinn wofür wir das gebrauchen konnten ne was haben wir hier dran ne wasserstoff ok kann mich gar nicht dran nennen wo wir den haben aber der wird dann wohl gefunden worden sein ne hm wie du große wundturbine ne das war jetzt nix wo finden wir denn lithium ne lithium da fundort besania und novus in den bergen ok waren wir glaube ich bei beiden orten noch nicht hm holframiterma titaniterma harz quarz hämatit das hier ist alle planeten da auch dann geht es hier schon also lithium müssen wir nach wesania oder nach novus hier noch was interessantes argon gibt es auf wesania wasserstoff gab es auch hier ok oder gibt es auch hier könnte man hier machen schwebel haben wir gerade geholt gut wofür brauchen wir jetzt den sprengstoff keine ahnung ne zwei ammonium ein wasserstoff brauchen wir für hydrazin und dann können wir das andere triebwert machen wasserstoff hatten wir da und ammonium haben wir eigentlich auch da ne wasserstoff war da vorne hier das war der wasserstoff ne ja mach den mal da dran ammonium war das nicht ammonium haben wir jetzt nicht hier wahrscheinlich mehr das war glaube ich auf glatio ne ja das sieht so aus dass das hier gerade nicht vorrätig ist für war das gut weiß ich nicht mehr schon zu lange her ne ammonium da hinten könnte ammonium noch sein aber nur einer ne ja schade lass uns gerade hier rein gucken da ist es zweimal ammonium einmal wasserstoff so und jetzt fehlt uns nur noch das zweite mal ammonium so warum haben wir hier so ein loch vor der tür für gemischt ok keine ahnung wo es ammonium war das heißt einmal ins auto und gucken wo wir ammonium finden war das hier vorne irgendwo ich glaube nicht oder hier war auch wollten wir auch so eine versuchstation hatten wir hier ne ich glaube die versucht auch nicht mehr ne die funktioniert nicht mehr das war hier unten zu finden gar nix wahrscheinlich oder schon vollkommen ausgebeutet ne oh da kommen wir nicht hoch wo war ammonium ne es guckte irgendwo raus das weiß ich noch wahrscheinlich nicht hier ne hier haben wir auch schon gebuddelt weiß nicht was war das gerade Harz ok kein ammonium kein ammonium kein ammonium ist das gemisch gemisch hier ist wahrscheinlich leben ne ja ja nehmen wir mal was von mit haben wir noch nicht mal ein lager hier drauf sonst shit das so das reicht mehr geht hier leider nicht nochmal geschlafen werfen so ich dachte da wäre ammonium aber das sieht anders aus ist ist man da lang müssen nicht aber können ne ja ich weiß nicht mehr wo es war das ammonium aber irgendwo war das hier ist gemisch hier ist gemisch hier ist ein teil da da habe ich was markiert aber was habe ich hier markiert leuchtfeuer leuchtfeuer was habe ich hier markiert dass das leuchtfeuer ist hier war nix hier war nix andere seite hier ist biomasse oder da warte mal hier ist was hier ist was grafit oder was immer hier so ist es ok brauche ich gerade nicht oder bräuchte ich bestimmt auch aber kann ich nicht mitnehmen weil ich ja hier im lager nicht eingepackt habe sonst shit mal wieder alle fangen wir noch zu der stelle da was da steht da ist glaube ich ist das da oben nochmal grafit könnte sein ne wofür haben wir hier eine markierung was haben wir hier abgebaut wahrscheinlich ist hier das ammonium ne genau hier ist das ammonium so das bedeutet wir können das nicht mitnehmen aber das brauchen wir nun mal ne und da haben wir schon ein ammonium tauschen wir halt gegen einen lehm aus und der lehm bleibt hier weil wir brauchten nur eins um das zu machen ne weiter geht's dahin ist unsere basis hier ist noch harz so dann sind wir schon fast da so das ammonium genommen um hydrazit zu machen oder wie das hieß f f und go so der arbeitet zum hydrazit jetzt müssten wir nur schauen da gibt es einen antrieb ne den man bauen kann aber wo kann man den bauen treibstoff zum nachdenken hier kann man das nicht machen hier war die feststoff schubgüse die war aber nicht das richtige hier freischalten musste ich die nicht oder das war warte gucken mit großer drucker großer drucker ich würde es mal großer drucker könnte das gewesen sein oder jetzt ist die frage wo finde ich jetzt hier wo finde ich jetzt hier das entscheidende was ich brauche nämlich das triebwerk das war es nicht es ist hier hier plattform sind das ne hoversitz traktor hänger ah ich sehe es schon hier es ist plattform ist das das haben wir jetzt auch das heißt das müsste im mittleren drucker gemacht werden dann oder und der müsste hier sein grundstoff glas und eisen müsste man machen dann könnte man ja auch das sind wir schon durch dann sind wir auf jeden Fall durch da wird das triebwerk nicht gemacht hm doch hier tatsächlich exoschip und stahl brauchen wir dafür ok stahl war agon agon haben wir nicht hier bedeutet wir müssen wieder auf irgendeinen anderen planeten aber ich würde sagen das veranstalten wir in der nächsten folge ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch keiner überhaupt macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke und dann kriegt ihr mit wenn ich das nächste Video hochlade gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann Ciao